12 Teams waren am Start. Und wir sind unter den letzten drei. Nur ein Team bleibt. Ambos geht als Champions hinein. Und als Champions werden wir das Finale verlassen. Ich bin aus dem WXW 2016 gewonnen. Und mit dem WXW gewonnen werden wir den WXW-Festival der Welt. Weil wir beste Freunde sind. Nein, sind wir nicht. Wir werden kein Erbarmen zeigen. Wir werden es schaffen. Wir werden gewinnen. Und wir werden immer wieder mit dem WXW-Festival der Welt. 2023 Night Stream.